Ich und Isagaming werden gegeneinander kämpfen. Nicht alleine, sondern es wird ein 50 gegen 50, was bedeutet 49 von euch werden bei mir mitspielen und 49 von euch werden bei Isamen spielen. Das alles wird am 9.06. stattfinden um 19 Uhr. Also haltet euch das bereit, es wird Mods geben, die ihr euch runterladen müsst und ihr müsst da sein, weil um 19 Uhr fängt es an, es wird nicht gewartet. Seid am besten also schon um 9 Uhr morgens da. Falls ihr lange braucht, um die Mods runterzuladen, tut es am besten jetzt schon, sobald ihr dieses Video geschaut habt und das Video von Hamsty geschaut habt, was einen bestimmten Grund hat, weil sonst könnt ihr nicht mitmachen. Aber wenn ihr mitmachen wollt, werdet ihr auf jeden Fall nicht nur in drei Videos sein von mir, von Isa und von Hamsty, der eine Unique Spectator Modus sein wird, wo er euch alle dann beobachten kann. In meiner Sicht wird natürlich der Fokus bei mir sein und meiner Sicht bei Isa das gleiche nur auf ihrer Seite. Die Spectator Sicht bei Hamstis Video allerdings wird von Person zu Person skippen und wenn ihr also ein krasser Player seid, dann seid ihr bestimmt auf jeden Fall bei ihm im Video drin, mit dem kompletten Fokus auf euch. Ihr seid dann der Star der Show. Abgesehen davon, dass ihr natürlich bei drei Videos mit dabei sein werdet, werdet ihr auch etwas gewinnen können. Was genau ihr gewinnen könnt, wird euch aber Hamsty sagen in seinem Video und wie ihr das alles gewinnen könnt. Ich sag euch nur, es ist auf jeden Fall im Wert von über 100 Euro. Mit anderen Worten kurz gefasst, wer mitmachen will, muss Hamstis Video schauen, weil dort sind alle Informationen, die ich auch nicht habe, weil ich mich selber ziemlich überraschen lassen will von alles, was er dort auf die Beine steckt. Er ist nämlich das ganze Brain und auch alles andere hinter diesem Projekt. Hamstis Video ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt und in der Endcard könnt ihr auch draufklicken. Also klickt auf jeden Fall drauf, wenn ihr mitmachen wollt oder zumindest, wenn ihr es interessant findet und einfach nur wissen wollt, was genau es auf sich hat. Isa hat auch schon ein Video dazu gemacht, wo sie auch etwas erklärt hat. Hamstis wird aber noch Informationen haben, die wir nicht haben. Ihr solltet euch aber beeilen, wenn ihr mitmachen wollt, sobald es offen ist und man sich anmelden kann. Wer bei mir nicht mitmachen kann, weil es voll ist, kann natürlich versuchen, sich bei Isa anzumelden, was wahrscheinlich alles durch ihr Discord laufen wird. Also behaltet das am besten alles im Auge, dass ihr bei mir, bei Hamstis und bei Isa auf dem Discord drauf seid. Die Links sind natürlich in der Beschreibung. Da findet ihr alle Informationen und verfasst auf jeden Fall gar nichts. Mehr kann ich natürlich nicht sagen. Wenn ihr also mitmachen wollt, schaut unbedingt Hamstis Video in der Beschreibung. Dort sind die Regeln, die Bedingungen, die man braucht zum Mitmachen. Die Mods, die ihr braucht, sind bei ihm natürlich verlinkt. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr so oder so nicht mitmachen. Es wird auf jeden Fall nur Steam sein, weil es einfach gar kein Crossplay gibt mit Steam zwischen den anderen Konsolen oder mit Epic Games. Und Playstation hat allgemein kein Crossplay, Leute. Hört auf mich, das immer zu fragen. Es geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Es ist schade, aber es wird nicht funktionieren. Für alle von euch, die aber am 9.6., also am Donnerstag, Zeit haben um 19 Uhr, schaut auf jeden Fall. Bereitet euch vor. Seid ready, dass ihr um 19 Uhr sofort loslegen könnt. Es wird Krieg geben. Und es wird ein Gewinnerteam geben. Abgesehen von diesem Gewinnerteam wird es auf jeden Fall ein Gewinner geben, der einen Riesenpreis gewinnt. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Das Bild auf dem Thumbnail wurde von O. Carmsen höchstpersönlich auf der Dokummi geschossen. Und ich dachte, das benutze ich auf dem Thumbnail. Schöne Grüße an Sabo. Wir haben uns auf der Dokummi getroffen und wir haben ein Selfie geschossen. Also dann, ich hoffe, wir sehen uns im Discord und natürlich im besten Fall auf dem Schlachtfeld. Peace out. I'm Micky. I'm leaving. I'm leaving.